Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwittiges Tier. Wenn wir hier wieder rausgehen sollen. Ach schön. Yep, ich bin ganz vor. Das war der Erdbeunst. Der Erdbeunst ist dein Ultimator. Der Herr Gewehr. Was für die anderen Besten? President Johnson ist dein erstes Priorität. Priorität? Meine Wut! Es sind alle in Gefahr! Jack, sei vorab. Ich weiß, was du fühlst, aber du kannst es nicht all retten. Nein. Nicht von dir. Statt dich, das Plisken, zu kommen? Bueno. Er sieht, dass er seine Radio auch erledigt hat. Ich kann nicht diese Mission von dir. Das Mann nicht in der Simulation war. Er ist nicht ein Faktor in dieser Mission. Was bedeutet das, Colonel? Deine Mission muss ein Solo-Effort bleiben. Was ist das mit den Seelen? Kein zweites Versuch? Sie haben das nicht überhaupt gerechnet. Alles, was wir tun können, ist warten. In der Zwischenzeit sind Sie nur unsere Hoffnung. Ich verstehe. Raiden, geh und rescue den Präsidenten. Du kannst mit dem hohen Level von Strut A kommen. Alter, mach mir das doch. Oh, crap. Das ist nicht ihn. Das könnte interessant sein. Du hast gesehen, die Fires der Hölle gesehen haben. Vielleicht kannst du mir die Todes. Mein Name ist Fortune. Glück in der Krieg und nichts anderes. Und mit einer Todeskarte, um mich selbst zu kalt zu kalt zu kalt zu kalt zu kalt. Hörst du mich, bitte? komm schon vor tun komm komm schon traust dich wohl nicht trau dich trau dich trau dich war egal was wir auf die abholen werden die kugeln werden alle daneben gehen deswegen werden wir schön bewegung sein holen nicht holen nicht holen nicht das kann wohl nicht das wird das heute und warum und ready bus bauen ja komm immer schön ran da ist er genau willst mich kommen wohl nicht ich weiß nicht gerade spektakulär aber genauso quasi die siegne light that man just contacted us directly that man called us yes looks like he placed a bomb on the heliport he specifically asked for you what he's killed off peter now is after you why me this is really not a good time for this the countdown's already begun right how much time do i have left i'll show you the count 400 seconds remaining so he's planning on taking this place out it looks like he has a different agenda from that of dead cell what about backup no there's no time which type of explosives is it he didn't say i'll take over queen what is it it seems our friend fat man is out of control he'll actually try to destroy this place yes this could unravel everything we've planned but why would he do such a thing who knows but he's nothing more than a stereotypical mad barber now he's completely lost sight of our ideas and with it his loyalty to commander jackson all right i'll take care of the wayward soul it wasn't him unfortunate i expected more of this one real but he couldn't kill you i see completely useless then he's all mine later then now 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 Aber für mich... Warum bin ich der einzige, der kann nicht sterben? Wieder alleine? Wieder schraubt? Wie lange werde ich mich verletzen? Wie lange, Vater? Du hast mich genug verletzt. Ich dachte, du kannst mir die Freiheit geben. Aber du kannst mir nicht töten. Du kannst mir die Freiheit geben. Ich bin eine Wunderschöne, Frau. Ich habe schon einmal sterben. Damn! Ich kann nicht sterben. Ich kann nicht sterben. Ich kann nicht sterben. Ich kann nicht sterben. Erlegen, Fatman. Und das ganze Problem ist gelöst. Wunderbar, du machst das doch. Ah, Penner! Wer hat das in den Weg gelegt? Ah, es tut weh. Okay, wir sollten die Mine-Sector anlegen. Wer hat denn da die Mine gelegt? Da ist noch eine Mine. Ach, wie nett von euch. Jetzt bin ich ernst. Welche Ersparten hat die Mine in den Weg gelegt? Das ist doch lebensgefährlich. Intellig? Entschw collab, super willkommen! Entschw Philosophy! Wande! Lanz, klar! Wunderschöne! 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 kein sorgen wenn du mal gibt es dass ich am leben dank gibt es wieder was schon der wort mit dick also mit den lümmel diesen marko ich mir auf jeden fall auch noch ich hab noch zeit keine sorge da und du beziehungs ich weiß ich kann ja auch nicht sagen ob ich ja ich erschieß ich jetzt runde marke danke meister kerl heißt meist wie das zeug was man draußen anpflanzen kann er noch als der welt ist wir den ganzen spüren ich glaube hier habe ich bereits alle betäubt nicht wahr von ihnen habe ich alle tun morgen glaube zumindest warum zeit zu sporen ist mir ich hab's eilig na bitte so connect im bridge ich glaube ich habe ich entschärft ich gehe mal ran ach da oben war ein typ im moment das jetzt hier alarm ruhe alarm schlägt gedacht die optimien habe ich alle entschärft das geht ja vollkommen klar so damit das fließband das können wir auch einfach umgehen so ich habe jetzt mal den typen auf mich auch selber aufmerksam gemacht sehr schön kann man ja das weiter sich umdreht na in falsche richtung ich bin gekommen dich zu rügen sache ist die wir können mit holen aber damit aus dem gleichgewicht kommen brauchen wir die knarre hier kein so ich werde nicht umbringen werden betäuben na schön kumpel trau dich kommt zu mir das ist ja nämlich eine falle herr so you're the one you're right on time i see i like a punctual man is he dead cell i am fat man i am the greatest that humanity has to offer Und los! Kannst du das? Das Rhythm? Es ist das Rhythm des Zeit. Und das Leben! Keine Ahnung! Ich hab an die Apartment-Store-Clock-Counter. Leben ist kurz. Bums tell the time with every moment of their existence. And nothing else announces its own end with such a fanfare. Glad you could make it. The party's about to start. Yum. Good year. Let's drink the Stillman, shall we? If you destroy the big shell, you'll never collect your ransom. Ransom? What are you talking about? 30 billion dollars in cash. Huh? So that's what's going on, huh? What the hell are you talking about? Oh, you'll know soon enough. And I could care less what they planned to do. My ambitions are much more simple. To be the most famous bomber of them all. You're nuts. No one's gonna give a damn about you. Oh, yes, they will. I'll go down in history. As the man who beat Peter Stillman, that's the only reason I assisted them. Like hell you beat Stillman. He had your number. What did you say? You have nothing of his courage. What are you laughing at? That croc died a dishonorable death six months ago. Six months ago. The liquidation of dead cell. Call it what you want. Only the right stuff survive that hell. Set me free, you know. Open the way to a new dimension. So that I could become the emperor among detonation devotees. You're nothing but a common criminal, and that's the only way people will ever remember me. Oh, damn you! I'm an artist! That is why I dislike boorish military types. It's time to start the party. This is how it works. I plant a bomb. And it'll explode soon after that. If you prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Laugh and grow fat. Let's move! Jack, are you okay? Hang in there. ... ... ... ... ... hier schön durchziehen und erst mal die blöden bomben entschärfen das ist so kacke so kommen da drüben er freut sich so etwas in spacko speck der wo bist du bleib liegen er darf nicht noch mal eine bombe legen so wir können aber hier festhalten der trick hat nicht funktioniert nicht durch den mensch hier zum fein wenn er wieder irgendwo ist der drüben ist er Bleib liegen. Penner. Bleib stehen. Bleib liegen. Gut, du bist erstmal die blöde Bomben entschärfen. Okay, jetzt sind's noch mehr. Halt's Maul. Ich hasse Bomben. So, entschärft. Du hast echt Nerven, weißt du? Stehen. Wir haben noch ein paar Trüben. Okay, gut. Bleib liegen. Ich hab's noch gesagt, er soll liegen bleiben. Jetzt bleib liegen, komm. Ich bin's leid, jetzt bleib liegen, danke. Geht doch. Oh, oh, oh. Oh, oh. My suit. Oh, no. I've nothing to wear to the party. The party's over for you. That's what you think. What do you mean? What did you just do? What is this? I have beautiful hands. These delicate hands can craft work so far. Answer me, what the hell is this? It's the switch for the biggest bomb in the entire place. Huh? No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Somewhere in this area. Don't worry, it's very close by. Where is it? Go ahead, shoot me. I'm already dead. Damn! Think you can find it? When it goes off, it'll take the big shell with it. Tell me where I can find the bomb! That's your problem. This is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. Laugh! And grow fat! Die fan Queré were just lucky. Na, I give you to the person, okay? Die team, I give you to the person who pushed the gun, there's no aim of that. Here are you. Who? Long time aggressive. E-barbew AWS. Okay, okay. J- Давайте š torn up. Er hat Peters Filme gelootet. Er hat einen Schraub. Er hat einen Schraub. Was sind meine Verwalt? Er hat einen Präsidenten. Wir haben keine Ahnung wo er ist. Sie haben noch nicht in der Zentrale Korps. Ich sage, dass Sie da beginnen. Wait, ich habe noch eine Anruhe. Will ich es nehmen? Nein, ich werde offline. Es ist besser, dass unsere Presse nicht wahr ist. Wie geht's, Kind? Plissken, ist alles gut? Könnte besser sein. Es sieht aus, dass ich noch ein paar Jahre alt war. Wie hast du gewonnen? Ich hatte ein bisschen Hilfe von einem Freund. Freund? Was für die Bombe? Diffusen. Und Fat Man, auch. Das ist gut. Wie ist die Schraub? Es ist ein Schraub. Die Bombe hat die H-Strut verletzt. Was für die Toxin? Was? Wenn die große Schraub erläutert, die Explosion wird erwartet, zu produzieren viele Toxin. Ich habe noch nie gehört. Huh? Es sieht aus, dass es nicht viel Gefahr ist. Aber das Zentrale Korps beginnt zu fliehen. Es wird nicht lange dauern. Wie geht es mit dem Präsidenten und anderen Hostagen? Sie waren nicht in Schelle 2. Sie müssen in Schelle 1 sein. Wir müssen die Hostagen aus hier rauskommen. Es ist zu weit von Manhattan für ein Schwimm. Wie geht es mit den Lifeboaten? Es scheint nicht zu sein. Es macht Sinn. Also ein Schraub ist unsere einzige Extraction? Genau. Und es kommt mit einem Passagier-Limit. Intel hat es, dass es etwa 30 Hostages gibt. Es dauert mehr als ein Schraub. Wir müssen zurückkommen. Kannst du einen Schraub? Nein. Aber ich bringe einen Geer-Head mit mir. Er ist ein guter Typ. Ich zeige euch später. Plissken. Ich bin auf dem Heliport jetzt. Aber ich sehe nicht der Harrier. Es ist irgendwoher. Wir müssen jetzt gehen. Unsere Chance mit einem Harrier nach uns sind zu nichts. Sie wissen woher der Präsident ist? Nein. Das ist alles dein. Der Präsident ist auf der Oberfläche. Das sind unsere Anrufe, Lieutenant JG. Deine Anrufe, nicht meine. Was? Bis später. Das ist das. Genau. Da kann man das sehen. Aber kann man hier von hier oben aus irgendwo die Zerstörung sehen? Der angerichtet worden ist. Kann man von hier aus nicht sehen. Wird natürlich gut geweckt. Das war nämlich da drüben irgendwo gewesen. Okay. Gut. Will dem auch sein. Wir müssen los. Wir müssen hier Geisen retten. Wir können auf Möwen schießen, warte mal. Theoretisch kriegen wir auch noch so ein... You passed with flying colors Identify yourself I'm like you I have no name Are you Mr. X? If you like But come, let's get out the open Follow me Are you with Boxhound too? Neither enemy nor friend Just a messenger from the Lali Lulelo This is safer, I think Safe from what? Eavesdropping, of course All right Why did you contact me? I've been ordered to give you backup Including a relaying of necessary intel Ordered by whom? Why won't you identify yourself? There is no need for you to know I'll decide whether I need to know You are not yet trusted to make such decisions I'll tell you something you do need to know instead The current location of the president What? Or rather The person who knows the current location of the president Who is it? A secret service agent named Ames Currently being held with other hostages Secret service, huh? The head of the president's security detail Ames has been fitted with the same type of VIP nanomachine system as the president If you are within range, you should be able to communicate Why are you telling me this? Do I need to repeat myself? There's no reason for me to believe any of this You understand that? Of course But you also have no choice but to believe Do you have any other leads? Where are those hostages? The hostages are being held in the B-1 conference hall In the Shell 1 Corps You'll find Ames there What does he look like? We don't know if it is indeed a he I've never met this person either How am I supposed to look for someone without even a description? Use your ears What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker You'll be able to hear the machine sound in a heartbeat You expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect an amplifier You'll be captured immediately So what am I supposed to do? Use the directional microphone There's one somewhere in the core Take this The security guard will unlock all level 2 security doors Including the one into the core It's called a pan guard It works together with your bodies on an electronic field And watch yourself The core is more heavily guarded than any other section of the big shell You'll get nowhere just like that Try this instead One of the terrorists? The surveillance camera won't let you on the elevator without the right uniform You want me to disguise myself? Men assigned to the core and those on perimeter duty are given different colors to wear Your new outfit will work in some areas, not others The uniform alone won't fool them either You're talking about weapons Right, you need an AK But I saw them carrying an AN-94 All men assigned to the core section carry AKs So without an AK-74U, someone will see through me really quick You could take care of the weapon issue yourself One other thing There's more? You'll also have to pass a retinal scan to get into the conference hall Biometrics, crap Nothing but the real thing will suffice Deception is not an option here I suggest you hurry They have a nuke on their side The nuke? They have a nuclear weapon with them? You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage This is an island and they have no visible means of escape Even if they do have a nuke The warhead is no good without an access code The security lockout can't be bypassed They don't need to They have the code You saw it too, I believe The Navy man will have a handcuff The other half of it is on the football Or the black case if you like The nuclear button And now they have it Why did they have to bring the football along? To a decontamination plant of all places But they did have to Because after all The big shell is the farthest thing from a cleanup plant there is What? Dead Cell didn't have to bring the nuke along with them It was right here to begin with Nothing in this affair is what it seems A cover-up? But why? For what? For Metal Gear That is housed here Metal Gear? The very same My Peruvian favorite career board Shadow Moses in free This place is the R&D center for its newest incarnation What the hell is going on? Better ask Ames the rest What's this for? You might be glad you have it Keep the controller's vibration function on What do I need a cell phone for? Colonel, who is that man just now? He's not one of ours No, we have no one like that in our unit He said that the big shell was housing a new model of Metal Gear First I've heard of it Colonel, what are you not telling me? I've been completely open with you, Raiden I've told you everything Is that everything you know? Or everything I need to know? Snap out of it, Raiden I'll have the Metal Gear rumor looked into You need to make contact with this Ames So you believe that, Ninja? Since we have no leads on the President's current location We have no other alternatives Right now, collect as much data as you can Including anything on Metal Gear Are those my orders? Yes, they are Disguise yourself as an enemy soldier And infiltrate the shell one corps Understood Rocha rocha, da machen wir das natürlich so Wir können natürlich jetzt auch die Uniform anlegen Allerdings bringt uns überhaupt nicht und die Waffe Wir können trotzdem jetzt, hui Jetzt immer einer von den Bösen Warte mal Wir können trotzdem noch entdeckt werden Die werden auf uns feuern, weil die hier draußen treibt Mit einer anderen Uniform als die da drin Aber jetzt war er sich doch trotzdem noch viel cooler aus Als der eigentliche Anzug von Raiden Man muss der Herz, ist doch so So, wir müssen auf jeden Fall zum Warnhaus Und ist dort auf jeden Fall eine neue Waffe holen Direktisch pennt hier noch, der ein Typ, den ich hier betäubt habe Ja, der pennt noch Der wird noch ein Weichen so weiterschlafen Genau, wir müssen eins hier runter Das ist ja hier das Warnhaus Das ist ja die AK-47 Das hören wir uns wie Der Typ pennt hier theoretisch auch noch Den ich rum betäubt habe Ebenso wie der andere Bei dem Belook, ja, wir müssen ja nicht eh Na theoretisch wieder nach oben gehen Also passt das ja Hier unten habe ich ja theoretisch Allen schon die Hunde Marken weggenommen Nicht, wa? Wo? K2, okay Das bedeutet, wir gucken jetzt einfach mal Welche Tune eine 2 haben Da können wir jetzt reingehen und uns bedienen 3 2 Das ist C4, warte mal Nicht, dass hier irgendwie Natürlich dürfte hier alles safe sein Kann ich hier bloß den Laserschranken geben C4 kann ich immer gebrauchen Warum jetzt C4? Geh, ja Ach, das freut mich doch Claimer, damit kann ich sie so über Fallen legen 3 3 2 2 Das sieht böse aus Wir wollen nicht sterben Warte mal Tja Wir haben alles vor der Laserschranken Drunter kriege ich bringt auch nichts Also machen wir das Ding einfach kaputt Welcher Lümmel hat das nur den Weg gebaut? Cz, cz Sind wir mal ehrlich Können sich ja noch Leute verletzen Nee, direkt wie das Ding einfach mal Aber eben schon entscheidet der M4 Also passt das M4 Mist, das ist die falsche Waffe Das war 0 Da konnte ich was so reingehen Aber AK-47 war glaube ich hier drüben Das ist 2 Was gab's hier hab ich eigentlich auch schnell mitgenommen, dann passt das Naja, du musst ständig hier Bescheid geben, wie es gerade läuft Puh Warte, ich brauchte eigentlich eine AK-47, eine M4 brauche ich nicht dafür, warte mal Punkt nochmal ganz kurz durch Warte, make contact with Ames Und find out where the President is Our information indicates that Ames is being held in the B1 level of Shell 1's core Head for the core of Shell 1 Shell 1's core has extremely tight security Impersonate an enemy personnel to infiltrate the section For a proper disguise, select the enemy field uniform you receive from the ninja This will allow you to blend in But you still need one more thing It will look suspicious if you're not carrying the standard equipment All personnel in the core are equipped with AK-74U's Select your own AK when you're in disguise Find yourself an AK You have a level 2 card in your possession Go and search the warehouse in Strut F Strut F bin ich ja eigentlich, warte mal, warte mal Strut F, okay, gut Was ich nur gewundert habe, ist eine MP5 Ähm, MP5, die brauche ich eigentlich nicht Ist auch ein geiles Sturmgewehr, aber das wird ja nicht für mich verlangt Das bedeutet, ich werde hier nochmal schön durchsuchen Unten, unten konnten wir ja auch noch hingehen Keine Gegner hier, was ist da los? Jetzt fallen sie alle um Gute Nacht Wir werden uns hier unten schön bedienen Warte Ah, Mist, darauf konnte ich nicht Ich werde trotzdem hier entlanghangeln Ja, das geht, das geht So, zack Gehen wir mal die AK-47U's Es sieht aus, wie du einen AK bekommst Wenn du ein敦werden-Field-Outfit bekommst und einen AK bekommst, kannst du für einen von ihnen passen Hör auf, Kind, und nicht vergessen Versteht das, nur die Schäden in der AK-47U's Kurs sind mit AK-47U's Die anderen sind mit dem AN-94, dem offiziellen Riefel der russischen Armee Wenn du hoffen, sich zu dir als敦werden zu haben, möchtest du nicht einen AK-47U's Kurs mit dem AK-47U's Kurs Warte, du bist noch was, soll ich noch holen? Was ist going on? Wir schicken gleich jemanden runter, ja, ja Kommunikation-Restrunk-F Versteht Versteht Versteht, eine Investition zu mir Ich habe jetzt echt null Bock, deswegen bleiben die mal schön hier Jawohl, warte mal Jetzt wieder alles vor der Wachendunnen, aber wir schaffen das Jetzt sind sie oben, die Dullis Das war nichts, alles klar Kein Zeichen des Missing-Manns, nichts anderes zu informieren Jetzt mal ernst, sind das bitte schon für Hugo's, eh? Kurz nochmal Route planen, also folgendes Wir müssen einfach nur nach oben gehen, genau Aber Sache ist die, ich wollte natürlich alle Hundemarken noch einsammeln, deswegen Also eigentlich würde ich gerne noch Dann der Dining Hall, beziehungsweise Hier, Transformer Room Da bin ich nur durchgerannt, da fehlen mir noch zwei Hundemarken Oder drei, je nachdem wie viele Wachen da waren Aber nachdem ich dort gewesen war hier, habe ich noch mal die Gelegenheit nochmal da drüben hinzukommen So passt das ja wiederum Prioritäten, erstmal Geiseln, Aims finden und so weiter und so fort Dann Hundemarken einsammeln Wir schaffen das, Leute Pettet Hüter oben noch? Ne, der ist wieder wach, okay Jetzt haben die noch so eine schwule Drohne Ich hasse diese Dinger Sind die Bienen wieder aktiv, wir gucken mal ganz kurz Bienen sind inaktiv, perfekt Fuck, hier ist alles vor diesen Viechern Ich hasse die Dinger, wirklich, echt Das ist wirklich so, so ein Hassding AK-47 gezückt Uniform angelegt, perfekt Jetzt rennen wir einfach rüber, weil die Dinger werden ja alle einstürzen Darauf habe ich echt keinen Bock Alles klar, dann gehst du jetzt in den inneren Kern Got a minute, Jack? Rose? I found some information on where Solid Snake is interred Great, shoot I've located the grave site And the body? Exhumed for DNA testing Well, do you have the results? The right arm was missing, but there was no doubt that it was him That body belongs to Solid Snake Hmm So the head of the terrorist group must be... An imposter Right You sound disappointed I guess I guess I was kind of hoping they meet the legend in the flash I get you, but it looks like he's not behind this incident Raiden, the president needs you, I think Disguise yourself as enemy personnel and infiltrate the core section Your priority is to contact agent Aims Jack, is that you? Jack, I know you're probably doing fine, but don't get discouraged Remember, Lieutenant J.G. Plissken is with you too You'll be alright What's wrong? Nothing Don't give me that Don't give me that Every time you say nothing, it's always something What's wrong? It's just that, you know, you seem to think pretty highly of him Well... Yeah, Plissken's the kind of guy you can really depend on, isn't he? What? What? Yeah, Plissken is one heck of a man, isn't he? He's so cool, so confident Yeah, yeah But he's nowhere near as cool as you You'll always be my number one Always But that's not what I meant You know, you're kinda cute sometimes Bye, Jack Meins Ah, versperrt Meins Ah Also, ich brauche so, Ding einschalten Schön mit dem Note verknüpfen Exit Ding Ding So, jetzt kann ich sehen, wo sich die Idioten befinden Die natürlich nur Marken wegnehmen Ich muss da aufpassen, weil ich will ja nicht entdeckt werden Der AK-47 bin ich natürlich Gesichert Dachkumpel Jopp, alles für den Schritt Jaja Ah, dachte ich's mir doch Der hinten ist noch ein Typie Deswegen, ich muss die vorsichtig alle entwaffnen Und auf keinen Risiken eingehen Und auf keinen Risiken eingehen Gut, 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 alles klar Der hat nur eine Wacke, komm Danke Wobei der Typ um die Ecke kommt, hole ich den Typen lieber ran Ganz entspannt Du kommst jetzt mal schon hier mit Du hast hier kurz das Bewusstsein am Strom von der Tür verloren Das ist doch alles in Ordnung So AK-47 gezeugt Jetzt müsste doch bald der andere wieder um die Ecke kommen Wer macht eine Kamera, das ist schlecht Aber er scheint hier allein zu sein Ich kann so nennen, wenn der andere um die Ecke kommt, da habe ich ein Problem Okay Warte, ich warte ab, bis er hier um die Ecke kommt Dann veröffne ich ihn Ich brauche die ganzen Hunde morgen Ich brauche das Für die Sammlung Warum müssen alle immer den Helden spielen Bitte nicht, bitte nicht Geht doch Ach Danke Danke Anthony Jetzt habe ich deinen Namen Du kommst jetzt mal schön hier mit Ruhe dich aus, hast du verdient Oh, Muni Die habe ich mal auch verdient Jaja, ich muss wieder hier die AK-47 anlegen So Jetzt auf der Anseite, das könnte jetzt sehr interessant werden Wir haben jetzt zwei und noch eine Kamera Die Kamera sieht das natürlich dann Obwohl, wenn ich die Kamera so kaputt mache Warte mal Geht doch Du 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 Was du, ich habe nichts bemerkt Oh Freeze Don't shoot Ja gut Na ja, der andere weckt mich jetzt wahrscheinlich weil sie auf Aber das ist doch jetzt nicht so problematisch Bata AK-47, ganz wichtig Weil ich habe nicht bemerkt, da ist noch eine Kamera, die kann ich jetzt deaktivieren Deaktiviert Perfekt Es sind jetzt noch Twiddle Dee und Twiddle Damm Ich weiß nicht, kommt der noch hier rüber? Er guckt, naja Das ist schon zu weit weg, alles klar Ich hole mir noch deine Hundemarke Ja, von dem habe ich ja, von dem habe ich ja die Hundemarke Wenn der wieder hier rüberkommt, ne Dann wird wieder Klopp Klopp Spiel gemacht Der soll hier rüberkommen, ja, ja Der soll hier rüberkommen, ja, ja So, Freundchen Don't kill me Deinemarke habe ich ja nicht mehr Shake, shake, shake Danke Ja, ja, AK-47, lass mich in Ruhe, Körnel Fast du, jetzt komm mal hoch Ah, der AK-47, den können wir reinlassen, der ist vertrauenswürdig, haha Danke, so Welche Etage muss ich nochmal? Ah, fuck it, wir krasen einfach alles ab Shell Core One Ja, ja, ich muss den Typen da am Genick packen und dann da auf das Pool drauf drücken Dann können sie erstmal ein bisschen synchronisieren Ration habe ich hier voll, passt also Synchronisieren Zip Zip Was, wir haben hier drei, wir haben hier drei Doodies Ich weiß keine Typen vom Genick packen und dann da rein schleudern Mag ich es erstmal noch nicht Wissen die Typen da einzeln weglocken Warte mal, was gucken der sich eigentlich an? Yep Der guckt sich genau die richtige Thematik an Und der Typ wird einfach nur noch eine schöne, kühle Cola trinken Wir fahren auf jeden Fall mal kurz in die Tasche weiter runter Ich möchte mal kurz gucken, was ist noch mal in die Tasche weiter runter Ich möchte mal kurz gucken, was ist noch mal in die Tasche weiter unten gewesen Oh, warte, hier ist noch Zeug mit Ja, den Typen, kein Sorge, ich hab auf den Schirm, den drücke ich dann später rein Obwohl, ich kann mir von den Typen auch jetzt schon mal die Hundemarke sichern Wirst du mich schütteln? Aber wir müssen alle den Helden spielen, ne? Komm, Hundemarke Danke Hab dich Weißt du was, wo ich mir erstmal alle Hundemarke Und dann kann ich immer noch Ich will ein bisschen Klopp-Klopp spiele, warte mal Gönn's dir, komm, hol dir Hacken, zerfleischen und auf Reiß servieren Dann gib mir der Hundemarke, ganz entspannt Mh, danke Uniform wieder anziehen, wir wollen nicht entdeckt werden Abwurde, nein Bitte nicht Wurde, nein Scheiße Äh, fuck, jetzt komm ich ja nicht an die Mockeran oder was Hab sie Danke Vielleicht ist nur ein bisschen Muni für mich, warte mal War ein bisschen Muni, kann ich auch mal gut gebrauchen, ne? Komm schon Und Geht doch Aber geht so allmählich immer mal die Munition aus Ist eine Sache, da sollte man eigentlich ein bisschen mehr achten, ne? Naja Rein mit dir Akku 47, wir fahren nochmal in die Tasche runter Eine will ich auf jeden Fall noch Bei uns sind auch ein paar Idioten, denen ich auch die Hundemarke abnehmen kann Das möchte ich natürlich machen Und im Augen kommt er Der Computerraum Ah, hier bin ich Gut, gut, das wird sehr interessant werden, die ganzen Leute hier zu entwaffnen War ich die Störkonsol da hinten? Ja, die ist da hinten, alles klar Ja Police in Nauts, ein Spiel von Idyo Kojima Vielleicht können wir ja der Kölner auch etwas dazu sagen zu Police in Nauts Wir gucken nur mal ganz kurz Warten, mach Kontakt Nein, gut Da sagt man noch das gleiche, alles klar Wird zeigen können, dass wir der liebe Kojima auch irgendwer das dazu sagt Gut, damit haben wir uns auch synchronisiert So, alle Kisten gefunden Wir sind der Beste, wir sind gewappnet für den Umzug Jetzt geht er wieder Ja Dass der immer hier so losstürmen muss, ja Deswegen geht ihm auch häufig Energie aus So viel Spack ist aber auch, ne Gibt doch hier so ein Heftchen, warte mal Dann bleibt das überhaupt mal stehen Wir können in Ruhe überfallen Komm Kumpel, wir nehmen mal hier eine kleine Auszeit Naja, da freut er sich Ich werde dich nicht umbringen, ich verspreche es Aber betäuben AK47, so Wir brauchen noch von den anderen beiden Hanseln Drei, das waren glaube ich drei gewesen Eins, zwei, drei Drei Der guckt eh grad keiner Juckt auch grad keiner Möchten Das wird ein bisschen gefährlich, ich weiß. Der hat noch nicht gesehen, er hat sich in die falsche Richtung getreten. Perfekt. Ihr habt das direktsame Mikrofon. According to our information, Ames hat einen Rettung. Das sollte sein kardiertes Pattern ziemlich unterschiedlich machen. Use das direktsame Mikrofon, um ihn zu befinden. Perfekt. Ah, süßes Vögelchen. Gucken kannst du, da können wir uns was über das Vögelchen sagen. Was ist das Böse? Ein Parrot, ist es? Wahrscheinlich ein Böse. Parakeets get used to humans easily and are talkative, so they are real playful and fun. Hurts when they bite though, and keeping their cage clean is quite a task. Having one isn't all fun and games. You sure know a lot about parakeets. I had my own once. I didn't know that. I never mentioned it? No, this is the first time. Really? Yeah, there are probably a lot of other things that I don't know about you yet. Yeah, actually, well, there's a lot more. Rose? Jack? What? After this mission is over, let's talk about lots of things. Yeah, let's. Good luck. We have to talk about the already. Okay. We We all need to talk about the new oneres. Jakobum! seltsam wie weit ich kann mir nicht vorstellen ich weiß nicht richtig was das tügelchen mir damit sagen möchte doch da oben ja ja jetzt ist alles gut playboy heftchen der pack ich soll ich da rankommen wie soll ich da oben rankommen ich habe keine ahnung zumal lieben passt euch auf meine freunde und wenn ich ganz ehrlich bin jasmin war auch dabei